ja leute hier ist der levis k12 10 und es geht weiter bei mad max auf der play c4 wir haben unser auto abgegradet wir haben max abgegradet gollum bleibt immer noch gollum aber jetzt fahren mal zum grünen punkt was unser lager ist und ich habe mir gerade im menü das design von city of mana untergeladen freunde gibt es zurzeit gratis und da ist es wirklich sehr schön ein sehr relaxtes sehr schöner mucke klingt wie so eine spieluhr und und dann hier plötzlich in die harte welt von mad max reinzukommen ist schon sehr sehr strange freunde so mission beginn gollum was hast du als nächstes vorbereitet was ist das für eine hand hinter dir das ein tattoo jemand hat sich befingert mein freund hat die frisse jetzt Where is it? Gas Town. Let's go there. Wait, wait, wait. You can't just go to Gas Town. We need armor on my angel for that one. Yeah, yeah, it'll take a long time, too. I probably need to get a couple of... Cabbingers! Get in the car! Wait, wait! My camera got locked! Molotov cocktails. Let's go! Get in the car! Come on! Come on! Go! 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 Hold on! Those boys are the crew of Stankum! Screw this, his deadliest underling! Now, profane defilers, scavenger scum! They were first here! They're the crew of Stankum! They're the crew of Stankum! They're the crew of Stankum! They can walk, he must have XVII! They have to be the crew of Stankum! Don't go! Wir müssen gehen. Du kennst eine safe place. Somewhere we can rebuild. Aye. Jeet, we're with a great wife. We can make a deal. Trust me, don't kill us. Das ist nicht safe. Das ist das beste, was wir können. Ich glaube, wir haben eine Wahl. Was ist das? Das ist das große Wider. Das ist das große Wider. Das ist das ganze Wider. Wie überall in diesem Raum. Es wurde überrun von Skrotus. Vor-Boi-Kamp und Patröle sind überall. Das gibt's hier schönes. Historisches Relikt. Projekt Blackout. Phase 5. Schneemobil. Wir werden nicht zusammen mit anderen untergehen. Wenn sich jemand auch nur in der Nähe unseres Verstecks begibt, werde ich ihn höchstpersönlich massakrieren. Unterschrift Sarah. Massakrieren. Okay. Hier gibt's sicher noch andere Sachen, die ich einsammeln kann. Nur so ein Relikt ist doch ein bisschen wenig. Da ist hier ein Kanister. Gehen wir noch mal rein, da waren noch andere Sachen. So. 100% abgeschlossen. Und jetzt beherr. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020 Stay put. 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 Stay put.